Hab ich das nächste mal gesagt? War natürlich ne vollkommen verarscht, es geht um mich jetzt gleich weiter. Äh, für die, die es nicht wissen, es kam gerade ein Secret Level, also ihr müsst jetzt zu Level 9 springen, also zu, äh, ja, Level 9, da wo halt Secret ist, äh, ist ein bisschen out of order, ist aber leider bei Doom so, muss man leider mit leben, von daher, da ist aber nicht allzu viel passiert, eigentlich sogar gar nichts passiert, außer dass wir jetzt mittlerweile 8. Und dann sind wir wieder im regulären Level, neue Waffe, danke schön, ach die, müssen aufladen, lalalala, 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 geht doch, das hat Spaß gemacht. Ja, na gut, hat sie jetzt nicht so gut verloren. Ich dachte mal, kriege ich das zu 150, da gab es schon. Oh. Oh ja. Ich weiß nicht, was hinterher ist. Wow. Wurstung, ich hab Wurstung gesehen. Ja, geht weiter. Wurstung. Achso, auch für nur so kleines Ding. Ist doch hässlich. Bam. Bam, bam. Wer erschießt hier? Einfach wie so ein Präventivfeuer. Ach Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Boah, Alter, ernsthaft jetzt? Was wollt ihr hier schon wieder? Dummheit, grüßt. Fuck you. Leute, schenkt das Arbeitsamt. Oh. Ha 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 ha. Alter, geil. Boah, was war das denn gerade? Bin ich hier quasi hochgeklippt? Hallo. Boah, ich hab's gesmashed. Oh, Backpack. Das ist jetzt ein Secret? Achso, ja klar. Achso, dann war der andere Raum aber kein Secret, oder? Boah? Wieso haben wir denn eine Old Map? Ist ja nice. War die in dem Secret mit drin, oder wie jetzt? Lol. Also, der Raum hier war Secret, und weil wir hier durch hier, weil wir wegen dem Raum hier rein konnten, das war aber auch nochmal ein Secret. Ist ja nice. Also, der eine Secret war quasi gleich zwei Secrets mit einem Mal. Oder man kam auch noch anders in den Raum rein, ja? Keine Ahnung, ist mir egal. So. Ronny, Alter, rennt doch nicht gleich den Raum rein hier. Immer schön sichern. Oh Gott. Also, jetzt mal hier alles zeichnen, was nicht weiter auf den Bäumen ist. Ah, hier bin ich jetzt. Oha. Traum ich nicht. Jetzt wirst du dunkel. Gebt's Junkos? Junkos nicht, oder? Ah ja, der weiß. Danke. So, erstmal, aha. Hä? Hm. Verstehe ich nicht. Schon wieder Secret, was man nicht aufmachen kann. Da sieht man, da hat die Textur nicht ganz stimmig, da ist also definitiv der Aufgang. Woher kommt man da rein? Ähm. Jetzt haben wir jetzt schon extra die Map und können trotzdem nicht anfangen mit der Map. Weil wir nicht reinkommen. Das macht so wenig Sinn. So. Hier ist noch was. Muss ich da rein? Ich will da immer nicht rein. Ich hab keine Rüstung. Also keine... ABC-Kleidung. Alter, wie die Teilrechts, das jetzt einfach alles ist. Achso. Hab ich noch gar keinen Zoom. Oh. Ach, öffnet sich automatisch. Interessant. Gut. Gut. hat sich was geöffnet? ich will hier nicht lang! wow! etwas was uns genau gar nichts bringt gut, hier hat sich nichts geöffnet, aber wo ist denn jetzt der Schalter? scheiße! ich rechne schon durch die Brühe, das geht auch noch nicht schon seltsam, schon Respekt also entweder haben sie den Soundgeber von der Pistole oder ich habe zu spiel Bruttelhuhn zwischendurch gespielt, der klingt ja richtig geil, so richtig basslastig wo denn? was denn? ich werde dich! wo bist du? was machst du? wo willst du hin? da unten? wow! alle weg! gut! was ist denn da? nein, ich will da rein, ich will da rein! ah! ist ja süß! oh! ist ja nett! aha! scheiße! hä? ach so! bin ich bereit! ja doch, bin ich voll! nice! das gefällt mir! fuck! gut! äh, wo geht's jetzt weiter? da darf doch hier in die Richtung! wo war das so? wo war das so? komm ich da rum? nein! gibt's hier irgendein Secret? ja! also ich habe keine Rüstung! ich hasse sowas! ohne Rüstung soll ich Scheißes machen! nicht ohne Rüstung stor! in actual Humphurt, der Ton ist super gut! auf Fussball zu贈 so kam ich jetzt überhaupt gerade ich habe mich verlaufen da nein ja genau so das war doch ein secret von da kam ich genau mal gucken wir mal ganz schnell rein was denn der secret da war woher kriegt man nicht auf na gut gehen wir erstmal hier lang da ist zu mir erstmal gar nichts hier war der Robo, der bereits drinnen war Aua Boah, alter Leute kann ich jetzt mal sterben na komm jetzt her Boah, alter, leck mich da muss ja Boah, jetzt habe ich eins dabei ist ja behinder ach, Gott oh man, alter, als ich habe die Rüstung von Kahnkahn so ganz und sonst verschönet jetzt ach, leck mich, komm was, jetzt schon wieder, alter, ist das dazu noch viel Boah, alter, komm, nee das ist halt meine Rüstung wieder futsch ist mir doch egal wer ist das denn da ist das denn da soo und jetzt müssen wir da machen wow, roll jetzt auch nicht mehr gut wir haben jetzt alle Karten das heißt also So, da komme ich immer noch nicht hin, da habe ich noch einmal zur Welt gerutscht. Da hinten war ich noch nicht. Jetzt komme ich aber auch nicht hin. Alter, diese Fußgeräusche, das klingt so aerobisch einfach. Jetzt mal gucken wir mal hin. Hier hinten haben wir bereits alles, da müssen wir noch eine Menge aufpassen. Hier hinten. Oha! Ist das was Böses? Nein. Gut, hätten wir. Was ist jetzt gerade passiert? Wo war der Schalter? Danke. Fuck. Egal, haben wir eklisch was mitbekommen. War trotzdem nicht beplanet. Ich hoffe, das hat keiner gemerkt. Was ist das? Ah! Boah, Alter. Trinkt mir auch wieder nichts. Was ist vor Ort Rüstung? Hier, tippen. Das da zum Beispiel und das da. Oh. Ich weiß noch was. Ah, nee. Hey, hab ich gerade geguckt? Ach so, nur in der Hälfte. Wow. Kann ich immer noch nicht aufmachen, Alter. Gibt's doch gar nicht. Hm. Wie kommen wir hier rein? Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Also schon mal ein Nisch. Was fehlt uns denn noch? Gar nichts. Gibt's das Einzige, was noch fehlt. Okay. Jetzt auch noch was Großes. Hören Sie sich da so einfach nach Strich. Das ist in der Regel dafür steht, dass sonst was ist, was nicht gelistet ist. Also nicht in der Mitte halt angezeigt wird. Na gut. Gehen wir da mal hin. Wollen wir das jetzt mal? Warte, ist das jetzt so? Lass uns jucken. Dann weiß ich, was da doch gerade der Fall ist weg. Dann muss ich nach dort. Und hier soll irgendwas sein. Ach so. Das ist wahrscheinlich einfach nur Himmel. Ich habe echt keine Ahnung, wie man jetzt so da diesen Geheingang da aktiviert. Gibt es hier ein Schaltungsflug? Ne, auch nicht. Ah. Nice. Hier wieder ein Siegwild. Aber man findet immer noch dieser Geheimdank. Denn Ignorister wurde hinführt. Was der macht. Ist doch der. Na, schau mal einer an. Wow. Haben wir bereit. Ah. Oh. Wow. Gut. Vielleicht bringt uns das weiter, um einen Feind zu hüten. Irgendwas hat sich noch bewegt. Da. Also praktisch der Endgegner. Der Boss of the Battle. Wundervolle war ich über Flank. Ja. Äh. Äh. Ja. Immer schöner Spur folgen. Äh. Ja! Hab geschaut! Könnt ihr mal sagen, was ihr wollt? Ähm, quick save, how are you, game name, ja! So! Dann würd ich mal sagen, hab ich heute erst mal wieder 8 Sachen ausgenommen. Machen wir erst mal wieder eine kleine Pause. Und werd die Sachen erst mal rendern. Was wir auch wieder denn 3... Boah, Alter Scheiß, 15 Gigabyte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, werd ich erst mal rendern. Und dann mal gucken, äh... Ob ich dann heute noch mal ein bisschen was aufnehme. Werd ich dann auch noch unsere Flyentscheid. Vielleicht, wenn's auch wieder ein bisschen nuklear ist, dann sehe ich wieder ein bisschen mehr. Wie gesagt, für euch die Empfehlung, die Let's Plays halt immer schön abends gucken. Es ist dunkler, da kennt ihr auf euren Handys mehr. Ja, nichtsdestotrotz würd ich persönlich mal sorgen, ähm... Ja. Schau mit V. Ja.